Ahoi, hier zum zweiten Teil von meinem Wobschmied Tutorial. Im zweiten Teil werde ich alle Teile grundieren und zwar hiermit von Valeo und danach werde ich erst oder werde ich das Basecode beginnen hier mit Gun Metal vom Model R und danach werde ich das noch mit Black Metal ein bisschen schattieren und das ist alles was ich vorhabe im zweiten Teil des Videos und ich rede jetzt auch gar nicht viel länger, sondern fange direkt an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020